Pavone. Wir sind der Experte in der softwarebasierten Optimierung von Geschäftsprozessen. Unsere Kernkompetenz liegt im Bereich des integrierten Prozess- und Projektmanagement. Sie wollen aus unterschiedlichsten Quellen Unternehmenswissen generieren und teilen. Wie gehen Sie am besten vor? Die Lösung Pavone Knowledge Gateway bietet seit Jahren die komfortable Möglichkeit, via IBM Lotus Notes Mail versendete oder empfangene E-Mail-Dokumente in beliebige Zieldatenbanken per Schopfdruck zu transferieren. Das Wissen wird somit unternehmensweit zur Verfügung gestellt. Mit den Add-ins von Pavone Knowledge Gateway und der Microsoft Outlook-Integration erreichen Sie noch mehr. Im Folgenden nun ein Beispiel, wie Pavone Knowledge Gateway innerhalb von Microsoft Office-Dokumenten genutzt werden kann. Manuela Koch arbeitet für die Tecone AG. Frau Koch schreibt ein Angebot für einen Kunden. Nachdem sie den Brief erstellt hat, klickt sie dafür einfach direkt in Microsoft Word auf die speziell eingefügte Transferschaltfläche. Anschließend möchte sie das Angebot auch zentral ablegen. In diesem Fall in der Notes-Domino-basierten Pavone Sales-Anwendung. Im Dialogfenster legt sie fest, wo genau das Angebot abgelegt werden soll. Sie wählt die gewünschte Zielanwendung und legt das Dokument direkt unter der Kundenakte Siedler Susanne von der Luna Microsystems AG ab. Pavone Knowledge Gateway kann auch für Microsoft Outlook-E-Mails genutzt werden. Die Sekretärin der Tecone AG erhält in ihrem Outlook-Mail-Client eine Auftragsbestätigung. Diese E-Mail möchte sie in ihrem Lotus Notes-basierten CRM-System ablegen. Dazu führt sie direkt in ihrem Mail-Client die zugehörige Aktion aus. Sie legt fest, wo genau die Abfrage abgelegt wird. Sie wählt die gewünschte Zieldatenbank, in diesem Fall das CRM-System, aus und legt das Dokument direkt in der Kundenakte ab. Nun ein Beispiel, wie eine Datei direkt aus dem Windows Explorer versendet wird. Klaus Friedrichs arbeitet in der Marketingabteilung der Tecone AG. Herr Friedrichs transferiert ein lokal abgelegtes Dokument über die Senden-Funktion im Windows Explorer. Der Pavone Knowledge Gateway Assistant wird automatisch gestartet. Für die ausgewählte Datei wird die gewünschte Zieldatenbank und die entsprechende Ansicht ausgewählt. Das Dokument wird auf diese Weise erfolgreich transferiert. Die dargestellten Szenarien zeigen nur einen kleinen Teil der Möglichkeiten, die Ihnen die Add-ins von Pavone Knowledge Gateway bieten. Hier noch einmal alle Vorteile auf einen Blick. Durch den Einsatz der Add-ins von Pavone Knowledge Gateway erhöhen Sie die Reaktionszeiten sowie die Flexibilität in Ihrem Unternehmen. Durch die geringeren Suchaufwände wird gleichzeitig eine hohe Zeitersparnis erreicht. Durch die unterschiedlichsten Anwendungsmöglichkeiten wird ein hoher Investitionsschutz für Ihr Unternehmen gewährleistet. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann besuchen Sie unseren Download-Bereich oder testen Sie unsere Software live in unserem Solution Center unter www.pavone.de Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Produkte und fordern Sie uns!